Weiß mal Kakashi? Oder was? Hä? Ja. Ab auf Karkashi? Ja. Ist einer Fan. So hier ist er früher immer. Perfekt. Oh, declare your champion. Okay. Ah, stimmt. Ich wollte ja was anderes geklemmen. Ist ein guter Draft. Sollten wir so bitten. Find ich auch. Ach, Angst Potter? Ah? Sieht ja weibe gut aus. Ja, ist super. Ja, Silus. Vielleicht sollten wir die Seraphine dann doch bannen. Lass mal Renate offen lassen. Echt jetzt? Renate offen lassen? Okay. Wenn Silus gebannt ist, würde ich die Seraphine nicht offen lassen. Ja, aber brauchen wir denn die Jinx-Bahn? Ja, Jinx oder Renate? Ich will halt... Also ich meine, der hat einen Millionen Punkte auf Jinx. Müssen wir es nicht geben, ne? Ich würde Renate bannen lieber trotzdem. Okay. Der Champ ist disgusting. Wenn die eine gute Ult kriegt, gewinnt die damit das Game. Man, danke Aaron. Sehr big. Mal schauen wir es nicht. Jetzt doch einfach sieh, wir spielen verdammte Axt. So. Wenn die es jetzt noch nicht machen. So, wirst du wahrscheinlich picken. Oh, hühe. Sieh, wir wukong. Vielleicht doch lieber sieh, wir spielen. Und poppy jungle. got him. poppy jungle. gott Der poppy? gott der poppy? will I have insack? gott Ich mein kann unser jungler poppy. kann die einloggen dann lass mich lieber top der poppy spielt noch nie gespielt okay ich bin ist ja mittlerweile unterm fucking z hier um ist ja eigentlich doch hier drin bist du denn eigentlich noch hier und freunde gemacht ist hier nur um uns zu flamen gut dass sie mich so gut fühlen oder nicht ich habe ja noch karma spielen ich würde hier im raum gespielt ja ja ich sag nichts mehr also ihr könnt ihr jetzt den draft so hart was soll ich da noch viel rum was jetzt ich habe nicht gesehen was er spielt ja ordner hat er gespielt der top laner es geht nicht im top laner mittel ich habe nicht geguckt was mit dem gespielt hat ich kann mich nicht daran erinnern ja nix relevantes auf jeden fall ich finde der diana band ist ja auch im mittleren band oriena vielleicht ja auch für den kommt oder galio oder so ist kein namen oder die sander ist nur mit länder gebannt jedes mal so der jener nicht mein schirm sein sollen aber es kann ich auch die anderen mitte gerichtet ja meine 70 prozent winrate auf der jener kommt mit 1500 games in diamanten heute ich bin immer weg ja wenn ich aus 600 games spielen bin ich auch die ja dann mach mal mach ich nicht ja also leben gegen den kannst du nichts machen flo der ist ein macher der hat ne ohren gepickt ne was soll ich ja machen dann spielt flo heimerdinger und der ist auch ein macher dann spiel ich ja wieder gewinnen oder camille ne kümmern ist nicht so gut gerade oder sit dann spiel ich vorher noch ein mob team bitte ne aber in neuem oder nicht in neuem draft ey holy shit also ich krieg wirklich einen anfall ja die spielen dicke fette arschloch comp das könnte in den o sein nur im zack im jungle so quen quen ja nicht seju ne wie traurig nicht seju ich find seju ja nice ja aber wir brauchen auch irgendeinen der damage macht nachdem unsere borderline so überfahren wurde also hier wie wir hä ja ihr werdet komplett von denen überfahren die überfahren uns nicht ich schwörs dir nicht ja dann bin ich halt tot und ja egal ich bin doch eh nur das opfer das borderlandschaft ist halt nicht so geil für uns aber wir sollten auch nicht sterben eigentlich nö eigentlich nicht ich hab ich hab viel viel lieber slash gespielt auf jeden fall ja du willst du keinen großen wer willst du einen ghost nehmen flo doch ich wieso sollte ich ghost nehmen wollen das ist krass so ich kann noch mit meiner e viel besser arbeiten wenn ich flash habe lukas hast du hexflash ne solltest du mal hexflash boah der ist so hart am tippen der mann geh vor allem hexflash und ghost nein was für ghost jungen bist du lust hexflash und ghost doll jungen du trotz uns hier runter flo hä was gar nicht ich bin gerade in den sinn gekommen ich hab in der lc spielen sie auch mit hexflash ja und in der ac action hast du den gang path gesehen wo er über die wand flasht und dann hexflash also er ist in den dragpid hast du das gesehen den club er ist ins dragpid einmal hinten rumgelaufen und dann von hinten gekommen oder wie gestern mal über mit hexflash gesteilt hat ohne smite und mit der q jawohl so ein joke also ich hab auf jeden Fall 8 gedroft also so ich hab auch nie viel tempo mal gucken ich hab gestern nie viel tempo ausprobiert die 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 attack range die da zugekommen ist funktioniert auch mit deinen soldaten mittlerweile aber ist nicht first drag still better? vor allem into vaga more money more problems ja aber da sind 3 milis wenn ich da viel auto attacken erwähnen kann ist das top ok du wirst hier leandries into was? oh manik mit dem monik genau mach ich genau mach ich genau mach ich ich auch ich auch ich auch oh der 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 werger spartin ne? in challenges ja ich hab noch nie so einen gesehen ja ich wollt grad sagen habt ihr schon mal jemanden der spartin ist gesehen? ja ja die spielen ungefähr so viel wie bojo glaub ich dann warum wird dein gearnet spice angezeigt? weil ich im letzten game gearnert wurde ehm man muss irgendwie zweimal gearnert werden ohne dass jetzt angezeigt wird ich hab dich nicht gearnert ich hab dich auch nicht gearnert kannst du ein custom game aber nicht auch noch ja ich würd ihn auch so im normal game nicht ohne ach so spielt der ja gar nicht ja nee du kannst ja gar nicht mit mir ranked spielen oh gosh deswegen sag ich doch normal game abgehobenes stück wirklich noch so dass das ein game nicht 60 minuten gehen kann in clash also das game könnte auf jeden Fall 60 minuten kommen drauf ja ich habe mal gelesen damit rechtlich zu lange geht wird ab irgendeinem Zeitpunkt hat der Nexus weniger HP die Tür Türme haben weniger HP und verlieren auch mehr HP doch doch das geht aber ab 60 minuten und dann fällt irgendwie alles Toxic hä? also wirklich Florian was ist so Toxic ich weiß was mit euch allen hier vorgehen ohne Scheiß nicht nur noch im Rumpfleben möglich so ich habe auch eine wilde Rune ja ja das ist schon heftig gibt es noch man dass ich hier schon wieder alles sortieren muss tilte mich bis zum Whitejams hat diesen Predator Nerf gar nicht durchgebracht ne ne die bringen ihn jetzt demnächst durch bringst du den Leash? auf gar keinen Fall ne ist schon ein bisschen bad für uns zu verlieren müssen aber scheiße geht doch ich brauche nicht unbedingt ein Leash ne das lass ich mir nicht das nochmal sagen das ist auf Hopp die ist schon unweilig dann brauchst du Jahrzehnte für den ersten Clear das ist fein tja auch hunderte glaube ich es hat da oder wie keine Gangs ja ja wird sie nur geflamed jungen gibt es nix aber gibt es Flames noch nicht rund ja doch nehm ich um nicht zu tilten so müssen wir auch das AD Carry kommt halt weg zu tilten ja deswegen mach ich es ja auch du fühlst dich echt nicht wohl mit so ner Lane oder? können wir jetzt Level 2 securen oder wirst du afghan stehen? ne ne ich bleib auf ja man du nimmst es los im Minion was geht ey ich glaube nicht dass du scant 60 minuten hier kommt es geht eher 15 minuten wird eher 15 minuten gegen glaube ich ich glaube auch der sickes afkar und die machen doppelt sagen ja die maps ja jetzt ist jetzt ist du das ganze top 10 weg das ist ja geil lustig sehr cool auf jeden Fall ja 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 haben sie ein bisschen zu lang wieder auf ich muss kurz überlegen ja viel spaß auf top 9 i'm taking playdings haben die irgendwas geschossen? hausen? ne 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 wir hatten mal ein game wo keiner reingeladen ist wegen clash bugs in 2020 und dann war es ein 1 gegen 1 einfach für die ersten 15 minuten war wild sickes top 9 das hatten wir ja auch schon mal es gab so ein clash wo nix funktioniert hat mhm das ist auch ein 1 mein ich es gab mehr wenn die clash die nicht funktioniert haben ja die ersten so deswegen wurde clash ja auch unbenannt in crash der hat übrigens double buff ja aber noch nicht die grabe gemacht wenn du die grabe falten willst können wir das gerne machen ja hast du gesehen habe ich nicht geschafft jetzt die grabe falten dann komme ich da hin danke auch nicht jetzt die pfüsche sagst du sie alleine ja ich würde jetzt einen grump krab machen und dann wieder top gehen wahrscheinlich kannst du ja wie können ne ja ja ich eigentlich nur gucken ein bisschen noch stain ob der sec jetzt schon auf top side ist weil top side geklärt ist ne ist top ne ne achso stimmt ich versuche ein bisschen zu denken wenn ich mit bojo online bin sonst werde ich ja nur geflammt doch gesagt er versucht aber denken schützt von dummheit nicht achso ja na ja find's wieder lustig ne ich gehe lieber zur kraft oder mach ich oh mein gott hätt's aber auch sehen können ne vielleicht sind oder so hallo habe ich mir gar nicht gemerkt sich nicht nein ich meine ich meine aber wenn ich den flamen von den fleisch von 1000 aber so wie die boten spielt wäre es auch nicht knapp geworden also ganz ehrlich ich stehe gerne für dich dann ist dann rausgekommen ich ja ja ist dann noch ein bisschen aber lucas nicht naja du hast mir gefälscht und da hätte ich glaube ich zusammen einfach auslaufen können also melde hätte direkt euch also nicht so oder so getötet also wenn wir jetzt größte sein und den ohren einfach weg kämpfen oder ja schon so eigentlich nicht doch ich gefühl ich gefühl der menschen geben man wirklich was macht denn warum hast denn ich nehme erstmal sein das ist nicht heiß mit deinem tempo naja ist gut wenn der sag jetzt einfach hochkommt tut der nicht nein schilf uns ein jungler kein ding ha 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 kannst du den auch haben wenn du willst ich hab da einen du hast ja schon einen ich hab da einen du kannst du den nicht mehr gold kriegen wenn du die lastest ach wirklich aber das war einfach nur fürs gefühl das wäre wirklich ultra unfair da gehe ich lieber proxy fahren wirklich ja 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 weil deine welt bricht ja auch automatisch weil die 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 ich bin leider tot Mein ADC, mein Jungler ist leider tot. Jo. Hm. Aber muss ich, muss ich Lukas da zeigen? Nein. Das ist ein bisschen weird gewesen. Ich glaube der ganze Call war einfach bad. Aber du kommst doch dann von hinten und dann kickt die ihn einfach, also das ist noch ein Freedive. Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Na ja dann sag halt, dass du es nicht spielen willst. Hä? Ah. Das ist dein Play. Du kannst entscheiden, ob das machst du ja nicht. Ja. So hast du Spaß gemacht. Hab ich noch nicht. Ja. Beim Farming. Ich bin kein Level 6 noch. Ja, wie? Du hast eine Q gehabt, die hast du auch den Nautilus kamen. Ja, weil... Manchmal möchte ich dich wirklich einfach nur kaputt schlagen, aber so dumm und behindert, ne? Ja, auch still ich. Du hast Flasher. Ich war tot. Duuut! Ich war hier Stunt! Ashulted! Aber die Q hast du ja trotzdem gemacht. Das ist das Problem, weil du immer noch auf dich wachst und nicht auf mich. Was ist die Q? Die letzte Q. Die letzte Q. Please chill mal ein bisschen, ehrlich mal. Ohne Scheiß. Wir sind live, by the way, oder? Alle sind hier tot geflamed. Ohne shit. Was ist hier los? Was ist das? Was ist hier? das ist keine wort die müssten jetzt wiederkommen die haben keine nautilus keine schuld ich hab kein mana kann das nicht spielen dürfen wir nicht oh mein gott ich habe hier gesehen jemanden ich bin so los das war ein free kill doch das war so antwort schnitt ja ich die leidung halt noch mehr xp macht ihr das eigentlich spaß die mädchen führer jetzt sind schneider einfach weiß dass ich hier drin bin das würde ich ein bisschen verwirrend warum darf die da stehen ich bin so in zehn sekunden Leider nicht zu wegen. Ah, ich bin sogar noch schneller da als ich dachte. Hi. Nein! Zack, nein! Nein, 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 nein! Bin on my way. Noch Spearshit? Oh mein Gott. Der ist sauer. Oh, der ist richtig sauer. Da kam der Edge heute meine Frosse. Mini-Win. Ich sag dir, Flo, halbwerker ist es. Hm. Okay. Ist er da raus? Let's try. Okay. Hab ich noch. Nö. Einer war mit ihm noch. Oh, ne Killegames. Okay. Hab meine Ege misst. Auf den Orgade müssen wir. Der dürfte kein Volt haben. Mann. Der hat mich ingoltet. Okay, nevermind. Okay. Ja, jetzt. Oh Mann. Hä? Äh, schuld. Hä? War halt nichts in Range, was ich heute kennen kann, glaube ich. Ah. Ah, er kommt mit dem Schaden. Habt ihr euch jetzt alle einfach gemutet? Nein, ich bin noch am Leben. Ah, irgendwie nicht so okay. Ja. Hab grad nen Anruf. Okay. Hm. Hm. 6-0 Veigar. Er hat geholt sind's. Veigar hat geholt. Es war ein Missklick. Ja, warte. So. Telefonat vorbei. Willst du vielleicht mitgehen? Ja. Mr. Eddie Curry. Curry? Wird ja eigentlich gern die Botland annehmen. Aber okay. Nein, nein. Ja, schön. Erstmal kennen wir den verlieren. Ja, wo verlierst du den? Kennen wir. Oh, bitte nicht, bitte nicht. Ach, hier ist das Verhalten. Ja. Also stimmt. So, können wir den Drag contesten? Ja. Wir haben keinen TP. Äh. Weger irgendwie. Rauskriegen? Ja, der Weger ist leider ein riesen Problem, ne? Der ist 6-0. Ja. Wenn wir sein Felschid rauskriegen, können wir vielleicht was machen. Und Ben schießt schon, ne? Hoch. Ja, stimmt. Stopwatch hat der auch. Den kriegen wir niemals tot. LEE." Oh, eine haut auf mich. Haben hier irgendein... ... und sittend ist einfach nie. Not even close. Ey, schön. Natürlich kommt es runter. Okay, okay, okay! Ach, Mann. Ach, das nervt mich. Alles sehr, 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 sehr strong. als ob die er schulden zurück das ist zähne so widerlich so wie sie sehen die sind leider alle sehr 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 op gefeedet schon also eigentlich nur wäger die sind auch komplett fett ja ich hab gleich gewinne holt zwei das heißt er hat keinen banshees mehr raus 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 hättest du mal einen sonja stattdessen wer gekriegt ich hauptsache weggas tot ich hab nicht gestoppt ne ne jetzt ist der stoppt nicht geused so ich hab 2 items ich hab auch gleich 2 items ne ich hab 1,5 und boot aber wir können erstmal gehen nach Sightern schicken bis zum drake und dann rein kippen mit dir ja können wir ich würde ja in der lage sein da einiges zu machen ich bin selbst schon wenn die halt den Sack hoch schicken kann es halt völlig gefährlich werden ich kann auch wahrscheinlich beide killen sogar wenn die auf mich gehen wenn noch eine Asherit kommt wird es schwierig ja gut dann ist der drake free aber wenn ein Sack hochkommt also wir sollten dann halt irgendwie den Sack währenddessen spotten und dann crossmappen oder halt helfen haben sie aber ganz schön viel verflogenet ja können sie machen ja genau das wäre ok ja 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 ich glaube ich ich glaube ich recall auch um TP zu euch direkt aber macht das nämlich glaub ich auch wir sind beide nicht auf der nette kann sogar zu Fuß gehen glaub ich er schuld raus er schuld raus auf den tp auf den tp er ist tot wager ich komme gleich ran wir können hier einfach mit er kann irgendjemand reintippen von dem wenn dann wager der ordner hat ja gerade aber der ist doch tot 30 sekunden ja aber ich denke theoretisch rein zu fliegen ja ne aber dann ja bis dahin haben wir den schon dann bist du auch schon gleich nicht dass wieder sowas passiert ne ja daraus lernen wir actually der tp ich sag noch in dem moment so wenn der wager hier rein tp bin ich tot zack auf einmal tp aber ich habe jetzt auch den ward gecleared ja gut da drüber waren halt auch noch zwei wards aber wager hätte dann länger gebraucht ich hatte gehofft dass ich den drag kriege bevor er tp ja ja das ist ja auch alles egal ich hätte ja auch einfach wirklich zum möglichen na 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 wir sind drin ja da sehen wir ja ja wer war ja ja aber made ich sollte eigentlich das sicherheit über die wandschmeißen ich hatte bock auf die hier er schaut kein flash mehr noch leben darf ich meine ich meine das ist das commitment oh no, ich schlag oh, scissors oh, die schlafen noch haben wir uns noch mal zusammen gerissen das ist Parallax ja, ja, aber wir haben schon echt also das, ich, ich, I'm sorry gut, ich war auch ein bisschen mad ich war auch nur ein bisschen anders mad, aber ist schon wieder vorbei ja, jetzt ist wieder besser, jetzt habe ich mich besänftigt nachdem wir dann doch noch so gestompt haben nachdem wir so ein bisschen ruhe eingekehrt ist dann ey, das erinnert mich genauso an dieses eine Clash Flo, weißt du das noch mit dieser